Jo Leute was geht? Zocka Masadis am Start und heute zocken wir mal wieder Quaaf Yo hier unten ist der Lexi Der macht wieder Dealen Mit dem Tipi Diamanten und hier muss sie viel Spaß damit Lexi ich komme mit dir Lexi So So der ist auch tot Woah Lexi Oh ist das ein Hacker? Junge Was ist das denn? Was ist das denn für eine verarsche hier? Lexi Da bist du ja Was ist das denn? Lexi Lexi Ah Lexi Hinterher 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 Lexi Wieder eine wegrennt ey Warum will der den töten? Das war stief Lexi Alter Ach komm Lauf Alter Uuhuhu Nexi? Was machst du denn da hinten? Das ist der falsche! Lexi! Holy shit, ey! Alter, Lexis Tod, ey! 50 versus 1, ey! Das ist richtig! Da ist er dir, Fritze! Das ist richtig! Das ist richtig! Alter! Das war aber knapp! Oha, Lexi ist Tod! Das ist nicht schön! CC! Lexi! Biste Tod! Was? Was? Achso! Geschubst! Ich habe halbe Eisen für dich! Ach nee, ey! Jetzt draußen noch hier Baumfällungen oder was! Warte mal Leute, ich muss mal gerade Fenster zu machen! Das ist ja schrecklich! Wartet! Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht! Weiterhin! Maxi! Komm! Komm! Spawn doch! Wenn du willst! Ups! Wenn du! Spawn doch! Wo ist Lefix? Lefix, sage ich schon! Lexi! ja wieder dir dort lexi wieder dir dann tschüss wenn keiner die Sachen jetzt will dann weg damit ich guck mal ob die eine Clanbase haben ja haben sie ach du scheiße ist ja voll der falsche Server äh voll die falsche ähm das falsche Land wir gehen jetzt mal da hinten auf die Burg so mal gucken ob wir da jemand antreffen natürlich oh komm gib Ruhe ich ja gar keine warum guck so hoch da kommt einer oder er hat sich da drinnen versteckt der Lump sollen wir den töten natürlich töten wir den jetzt tja da ist er getötet ne oh sind die hier ne oh scheiße ach ne da kommt der oh jetzt bin ich auch ein scheiß bin nett da unten ist der oh nee also ähm wo sollen wir jetzt diesmal hingehen ich mag die Web eigentlich gar nicht mehr mal ein paar Sachen wegschmeißen ne so gehört sich das auch dann springen wir mal da hinten hin hier hat aber gerade ein verzauberter Fritz hier hin och nee ey kann man hier nirgends wohin gehen und ich geh wieder in meinen in die Burg hallo dolle ja fliegt ganz runter sehr schön boah mal alter danke danke na du hebst nicht die Sachen auf na dann eben doch komm lass mich zum oh da ist Lexi Lexi oh weh Lexi warte ich werde die kommen brauche ich 말 guck 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 Ah, jetzt will er auch keinen Frieden da oben haben. Ah. Da hat er wieder immer... Oh, ne. Da hat wieder einer so einen Bogen... Skills. Der hat irgendwas... Drangeschraubt an dem Bogen. Da war ich mal ein bisschen... Dankeschön. So bist du auch Schnelligkeit. Sehr schön. Ah, da hat jemand verlassen. Yolo. Glückwunsch. Wow, Dankeschön. Boah, ne, ey. Der schon wieder... Oh. Genau, der, der mich gerade getötet hat, da wollte ich gerne in den Clan, aber nee. Du willst ja nicht, dass ich in deinen Clan komme. Ruhe. Ja, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Ich gehe jetzt hier ein bisschen hinten, so abstauben hier in der Mitte. Auch ein bisschen. Boah. 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 Ja, Aldin. Aldin? Menschen oder Junge? Nee, Junge, glaube ich, ne? Das ist ein Junge. Jetzt hat er mich doch gekillt. Na gut, Leute. Ähm, ich sag mal, das war's von der heutigen Folge von Co-Aft. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.